Hey, was geht? Hier ist wieder Slamgaming und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kein Plan Games. Ich bin hier mit Dagobert Dax und wir machen dasselbe wie letztes Mal. Wir gehen ins Game Menü und drücken dreimal auf diesen Random Game Knopf, gucken, was für Spiele wir bekommen. Das Ende war ein bisschen unspektakulär. Das Mörder Mystery. Mörder Mystery. Du bekommst immer dasselbe. Mörder Mystery. Kennst du das Spiel? Also ich kenne es ehrlich gesagt nicht. Nee, weil es du nie gespielt hast. You are an innocent. Ich bin unschuldig. Das sagst du nur, um mich zu tricken. Warum sagst du das überhaupt? Bei deiner Kompetenz glaube ich dir das sogar. Ach, ich sehe dich halt. Ich laufe jetzt einfach hier hinterher, weil ich weiß, dass du in das sind. Das darf ich dir nicht verraten. Ach, wirklich? Worum geht es hier eigentlich? Achso, du hast wirklich noch nie Mörder Mystery gespielt? Nein, ich habe null Ahnung. Achso, okay. Also du bist, du bist entweder, kennst du Among Us? Among Us? Ja, es spielt doch Kellogg in meinem Unterricht. Ja, weißt du, wie es funktioniert? Also du bist entweder, Brof. Fuck. Du bist entweder halt Unschuldiger oder du bist ein Mörder. Ein Gold, dann habe ich einen Bogen. Klar. You win. Joa, ne, das war das. Warum habe ich hier keinen? Okay, nächstes Spiel. Ja, nächstes Spiel, genau. So. Bup. Jetzt ist ich... Alter. Scheiße. Ratscher. Ratscher ist immer gut. Egal was. Ich habe noch gar keinen Unlocked, außer... Mit Scheiße im Luten. Mit Scheiße im Luten, lass mich. Haben wir hier... Äh... Haben wir hier rote und blaue Teams? Warum hat der Typ Skill? Warum hast du so viel Knockback? Du hast so viel Knockback. Geh weg. Du bist... Was ist das? Ich werde gebullig... Für zwei Leute. Ja, was ist... Hä? Okay. Ich glaube, wir müssen eine Bonusrunde machen. Das ist so dumm. Weil du einfach keine Waffe haben. Man vermutet. Oh. Alter, du bist ja richtig gut im PvP. Ja, ich hatte einen Stock. Einen Stock hatte ich. Einen Stock. Okay, Bonusrunde. Bonusrunde. Was ist das? Ich habe... Ich habe... Random... Random Game... Egal, das machen wir nochmal. Wieso haben wir schon wieder Blitz-SG? Das war nicht Random Game. Hypixel-Gelich vergraben. Oh, das kennen wir. TNT Run! Juhu! Das kenne ich endlich mal. Scheiße, Alter. Ja. Gut. Das war gerade meine Mutter. Wahrscheinlich, ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. Das kommt ganz schnell raus. Ja. Ich bin ein Profi. Ein absoluter TNT Run. Ich habe mir schon gefragt, warum ich hier gerade durch jede Etage durchfalle. Aber es geht ja schon los. Alter, du bist so gut. Ich bin auch unten. Was ist dieses Spiel? Hätte Double Jump machen müssen. Ja gut, ich spiele nicht wirklich TNT Run. Ah, die Leute sterben. Ich glaube, wir werden nicht gewinnen. Hier ist immer irgendein Tryhard. Ah. Warst du das gerade? Ja, ja, ja. Du bist direkt vor mir einfach runtergefallen. Heute nicht. Double Jump. Hier von schon sehr gut. Nein, ich war fast da. Okay, das war knapp. Ich bin halt irgendwie... Ich habe halt irgendwie viel zu spät geschnallt, dass das Spiel schon losgeht. Ich meine, die haben jetzt zehn Etagen. Und ich bin durch jede auf einmal durchgefallen. Weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Ja, okay. Ich glaube, zweite Bonusrunde, das ging ja jetzt viel zu schnell. Definitiv. Wow. Okay. Okay. Arcade Games. Creeper Attack. Sehr färsiver Name. Worum geht's? Ach so, also mit dem Trader kannst du traden, weil er Trader heißt. Los geht's. Ach, wir haben ein Steinschwert und einen Bogen. Ja. Lieber abschießen. Das Gameplay ist so spannend. Bro, stimmt, 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 stimmt. Was schießt Feuerwehrwelle? Was schießt Feuerwehrwelle? Wo ist irgendwas Blaze? Stimmt, du kackfier. Okay, das war mal nicht. Vor allem ist der Dealer immer noch 300%. Nee, der Trailer heißt doch nicht der Dealer. Der Dealer. Der Dealer. Warum mag ich nicht beide Golems? Okay, der eine ist rot, der andere ist gleich noch rot. Jump, jump, jump. Wo ist die scheiß Blaze? Die will die. Okay, die Blaze ist one-hörter. Wir leben. Hier ist ein Schard-Creeper. Komm, Blaze, Blaze, Blaze. Er ist wieder weg. One-shot. Oh, es ist hier ein ganzes Geekriebe an den Trailer. Ja, das ist okay. Jetzt ist okay, eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Nein, komm, das war jetzt lang genug. Es waren fünf Runden statt drei. Ich will, dass du viel zum Schneiden hast, dann, Schatz. Danke, danke. Sehr freundlich. Okay. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Tschüss.